Die Welt wird immer nachhaltiger und die passenden Werkstoffe leisten hierzu einen wichtigen Beitrag. Flaiderer legt größten Wert darauf, Umwelt und Klima zu schützen unter Teile seines Sortiments nach dem Cradle to Cradle Certified Products Program bewerten lassen. Dieses besonders strenge, unabhängige Zertifizierungssystem bewertet die Nachhaltigkeit im Hinblick auf die Kreislauffähigkeit und die ökologischen Auswirkungen eines Produktes über das gesamte Produktleben hinweg. Heute gehen wir davon aus, dass konsequente Kreislaufwirtschaft die optimale Strategie im Umgang mit natürlichen Ressourcen ist. Flaiderer legt deshalb größten Wert darauf, dass die Rohstoffe unserer Holzwerkstoffe in einem sogenannten technischen Kreislauf möglichst vollständig erhalten bleiben. Von der Herstellung über die Nutzung bis zur Verwertung. Idealerweise entsteht nach der Nutzung über das Recycling die Rohstoffe für neue Produkte und der Kreislauf wiederholt sich. Wenn Material aus dem technischen Kreislauf nicht mehr die Qualitätsanforderungen für die erneute stoffliche Nutzung erfüllt, wird es dem biologischen Kreislauf zugeführt. Das heißt, es bildet die Basis dafür, dass neue biologische Rohstoffe entstehen. Für Flaiderer Holzwerkstoffe werden keine Bäume gefällt. Unsere Rohstoffe beziehen wir ausschließlich aus Recycling-Kopplungsprodukten der Sägeindustrie sowie durch Forstungs- und Bruchholz. Die nachhaltigsten Holzwerkstoffe von Flaiderer sind nach den Prinzipien des Cradle-to-Cradle Certified Products Programme zertifiziert. Hierbei prüft eine unabhängige Organisation Materialgesundheit, Kreislauffähigkeit, Einsatz erneuerbarer Energien, verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie soziale Gerechtigkeit. Nach besonders strengen Maßstäben. Aktuell sind Deko Board und Prime Board mit Cradle-to-Cradle Certified Bronze und Living Board mit Cradle-to-Cradle Certified Silver ausgezeichnet und eröffnen unseren Kunden die Möglichkeit, Ideen und Konzepte ganz besonders zukunftssicher und ressourcenschonend umzusetzen. Für nachhaltige Lösungen im Öbel- und Innenausbau sowie im Holzbau.